Dann kannst du endlich mal das machen, worüber du redest in deinen Liedern. Weißt du, was ich meine? Verkauf es mal ein bisschen, ist doch okay. Emo, bitte nimm das zurück. Ich hab dir schon immer gesagt, ich will sowas nicht verkaufen. Bitte. Hättest du was Besseres oder was? Emo, bitte. Was? Du kannst das nicht verkaufen!